Ich habe besser den Flado gefunden. Spundekäse. Ein Kilo. Moin, 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 aktive Meerwasserfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsvlog hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, das musste ich euch am Anfang mal einspielen, weil ich fand es so sensationell. Das hatte der Danieli mir zugeschickt gehabt und ja, ich fand es einfach so geil. Ich habe was für einen Flado gefunden. Spundekäse. Ein Kilo. Das ist so geil. Das musste ich euch zeigen, meine Lieben, wer es noch nicht auf Instagram gesehen hat. Ja, wie ihr seht, sitzen wir heute wieder in der gleichen Perspektive wie letzte Woche am Banky Tank. Ja, das hat in der Tat mehrere Gründe, weil ich habe mir die Woche was Schönes bei White Corals gegönnt. Da kommen wir aber gleich zu. Warum ich hier nicht weitergekommen bin. Also, ich bin immer noch dabei mit den Punkten. Weil, vielleicht kann einer von euch mir da helfen. Ich weiß es nicht, aber ich denke auch mal, die Jungs von Reef Hub schauen wahrscheinlich auch zu. Also, irgendwie bekomme ich das nicht auf Kette mit der Pumpe. Ich kriege das mit diesem Übergangstück und so. Ich kriege das nicht hin. Ich will die Pumpe ja hochkant quasi stehen haben, wie sie eigentlich dran gemacht wird. Die 60-40 von Tunze. So, und das funktioniert nicht. Dann hatte ich, ich habe das schon mal gesehen, dass wenn ich die Halterung unten drunter mache, das ja im Grunde nicht funktioniert. Das heißt, ich muss irgendwie so ein Gelenkstück haben. Habe ich dann auch mir besorgt. Wie gesagt, habe ich mir auch gekauft. Und, das Gelenkstück kann man aber gar nicht komplett um 90 Grad bewegen. Also, das geht überhaupt gar nicht. Und, ja, von daher bin ich ein bisschen perplex, wie man diese Pumpe dort befestigen sollte. Weil, ich meine, der Halter ist für mehrere Pumpen gedacht von der Firma Tunze. Allerdings ist ja die 60-40 so ein, ich will mal sagen, Spezialfall. Weil, das ist ja keine Pumpe, die du im Prinzip so setzt und dann halt bewegst oder dann so setzt. Und sie strömt auch nach vorne raus. Die Pumpe ist ja ein bisschen gänzlich anders. Also, irgendwie kriege ich das nicht auf Kette. Keine Ahnung. Da können die mir ja vielleicht auch nochmal gerne helfen. Denn, hier geht doch nochmal ein Riesendank raus. Ihr seid wirklich die Allergeilsten. Also, letzte Woche, den Vlog, habt ihr ja komplett die Kommentare geflutet. Mega, mega geil. Weil, auf jeden Fall, kriegt ihr da von mir alle Däumchen für. Das war auf jeden Fall gut für den Algorithmus. Man sieht auch, dass der Vlog mehr geklickt wird dadurch. Das ist halt eben der Grund dahinter. Und bin ich motiviert, gibt es auch wieder mehr Videos. Und ich war die Woche auch wieder super motiviert, obwohl ich einen herben Rückschlag hatte. Da kommen wir jetzt gleich auch noch zu. Aber ich war die Woche super motiviert. Und nächste Woche geht es auch schon weiter mit den Videos. Dann kriegt ihr auch nochmal richtig Content auf die Augen. Ich habe nämlich die USA-Videos fast fertig. Ja, und dann kommen ja sowieso noch zwei Videos. Das hatte ich euch ja schon angesagt. Generalüberholung der Ackeranlage. Das kommt ja auch noch. Die Tunze-Geschichte kommt noch. Und die ganzen USA-Videos. Ich glaube, ihr habt die ganze nächste Woche, habt ihr auf jeden Fall wieder volle Hütte Content. So, Freunde, dann, was machen wir dann? Hm, tja, fangen wir erst mal mit der schlechten Nachricht an. Es war am Dienstag, Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch war es. Ich komme nach Hause und meistens ist es ja immer noch dunkel. Also wenn ich so gegen 19 Uhr rum nach Hause komme, ist ja halt eben, wie gesagt, schon alles dunkel. Und ich habe mich unten schon gewundert, warum mir kein blaues Licht leuchtet. Naja, bin dann hier reingekommen. Und ich habe ja im Wohnzimmer drei Becken stehen. Und ich bin reingekommen und die ganze Bude war komplett dunkel, außer YouTube-Zimmer. Da war natürlich das Licht am Ablegerbecken dran. Ja, was soll ich sagen? Der erste Blick ging in den Sicherungskasten. Ja, und wie ihr sehen könnt, war da die Nummer 6 unten. Und die Nummer 6 ist das Wohnzimmer. Ja, ich habe dann erst mal schnell die Sicherung rein. Batsch, die ist direkt wieder rausgeknallt. Ja, dann erst mal die Taschenlampe geholt. Erst mal alles kontrolliert, nachgeguckt, was kann es sein. Und ich habe das Problem dann am Banky Tank gefunden. Und zwar hatte ich im Prinzip hier rum... Ich wollte ja die Orca-Sachen wieder einbauen, mit den Tunzenpumpen und, und, und. Und dabei habe ich dann hinten am Abschäumer quasi einen Schlauch, der immer auf der Seite hängt, auf die Seite gehangen. Und aus welchem Grund auch immer, keine Ahnung, muss über den Tag irgendetwas hier passiert sein, dass auf jeden Fall das Wasser an dem Schlauch lang ist. Jedenfalls lag genau in der hinteren Ecke unten drunter eine Steckdose. Also das Becken ist nicht undicht, es ist alles dicht. Es muss irgendwie von dem Schlauch runter in die Steckdose rein. Und ihr seht hier das kleine Einschussloch, das schwarze Brandloch in der Dose. Tja. Und die hat mir dann wunderbar die Sicherung. Ich habe alle Räume in der Wohnung, sind immer einzeln abgesichert. Das YouTube-Zimmer ist sogar, habt ihr gerade im Kasten wahrscheinlich gesehen, ist komplett, ist noch höher abgesichert und auch komplett neu gemacht worden. Ja, und da hier jeder Raum, wie gesagt, hat es dann hier in dem Raum geknallt und dann waren ein, zwei, drei Becken auf. Der Benki-Tank, der hat es eigentlich, glaube ich, noch am besten mitgemacht. Also der steht noch wie in der Eins, da ist eigentlich so gar nichts passiert. Ich habe einen Fisch, habe ich verloren, tatsächlich. Ich habe ja die Drachenrunden mir geholt. Wir haben es in den Drachenrunden, Seenadeln. Ja, da hat es eine nicht geschafft, weil die Temperatur schon gut abgekühlt ist. Klar, ohne Heizstab ist das natürlich schlecht, wenn wir noch nicht so warm gehabt. Und da ich so einen exorbitalen guten Heizkörper hier habe, mache ich den über den Tag auch immer zu, weil ansonsten habe ich hier abends 35 Grad drin. Und ja, aber wie gesagt, der Benki-Tank hat es am besten weggesteckt. Und deswegen sind wir auch heute noch mal beim Benki-Tank, auch weil ich mir da was Neues gegönnt habe für die kleine Benki-Schatzkiste. Aber die zwei anderen Becken, die haben es nicht so gut vertragen. Der Pico hat es gar nicht vertragen. Und der Zor-Tank, so lala. Aber da müssen wir jetzt auch erstmal fair bleiben und abwarten. Erstmal wieder gucken, bis sich wieder alles normalisiert hat. Wie gesagt, der Benki-Tank hat sich eigentlich am allerschnellsten gefangen. Da gab es eigentlich gar keine Probleme. Ja, und ich war jetzt hier bei der Korallen sehen. Und ja, ich habe mir eine supergeile Koralle bei White Corals bestellt. Und ja, zwei Bauer Benkis habe ich mir gegönnt. Ich zeige euch erstmal die andere. Ja, hier haben wir eine wunderschöne rote Bauer Benki mit einem blauen Einschluss oben drin. Auch wunderschönes Tier. Super knaller Farben, schöner blauer Einschluss, wie gesagt. Da weiß man nie, was draus wird. Da muss man immer halt mal gespannt sein. Ja, was letzten Endes am... Ja, ihr wisst ja, ein bisschen mit Farbe und, 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 und. Was dann da am Ende bei rauskommt. Ja, so, und dann kommt das Knallertier. Und das sehen wir hier. Und die ist ja wohl immer brutal, oder? Also, so eine geile Bauer Benki habe ich noch nie gesehen. Auch in dieser Färbung überhaupt. Also, ich meine, ihr wisst ja, dass wir im Internet verschiedenste Bauer Benkis kennen. Ja, wir kennen halt die verschiedenen. Ich habe ja relativ viele, ich will jetzt nicht alle sagen, aber relativ viele Morphen, habe ich ja tatsächlich hier drinnen mittlerweile. Und weiß auch dann schon, ja, die gibt es halt immer. Das ist halt so die Standard, die dann immer aussehen, weil den Australien-Importen dabei ist. Ja, ihr wisst, wie ich das meine. Ja, es gibt halt so verschiedene, die gibt es halt immer. Die kann man halt relativ leicht bekommen. Aber alles, was seltener hört, ist halt schwierig in Deutschland. Und diese Färbung habe ich tatsächlich so noch nicht gesehen. Also, Hut ab, Riesendank, wie gesagt, an White Corals, explizit, Corey und Yves. Corey hat sich bei mir gemeldet, hat gesagt, Marc, heute Abend kommt ein Update im Shop. Da ist eine ganz, ganz krasse, geile Bauer Benki dabei. Guck, dass du online bist und direkt zuschlägst. Danke für den Tipp. Wie gesagt, super Sache. Hätte ich jetzt so gar nicht mit gerechnet. Obwohl ich ein White Corals-Konto, wie gesagt, habe, bekomme ich aber nie den Newsletter, komischerweise. Und ich hätte das Update gar nicht gewusst. Ich habe es, glaube ich, morgens irgendwie bei Insta gelesen. Aber, wie gesagt, ich hätte da nicht dran gedacht. Aber von daher, Corey, super vielen Dank. Und wir sehen uns sowieso nächste Woche, Corey. Nächste Woche haben wir nämlich wieder Live-Sale-Weekend bei White Corals. Es kam jetzt relativ spontan. Ist aber halt so, weil ich ansonsten keine anderen Termine frei habe. Deswegen habe ich gesagt, okay, komm, wir droppen das für das nächste Wochenende noch dazwischen. Ja, weil danach, wie gesagt, alles erstmal wieder belegt ist. So, dann. Dann, 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 dann. Was haben wir denn noch? Ach so, eine Sache noch. Ich möchte auch hier einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den lieben Kevin Zülsch richten. Kevin, happy birthday. Ja, Kevin hat nämlich heute Geburtstag. Aber auf den Kevin kommen wir auch nächste Woche noch. Weil der Kevin aka Reef Junkies, der wird mir nämlich in der nächsten Woche was zukommen lassen. Und er hatte mir gesagt, ob ich ein Gewinnspiel mit euch machen möchte. Und ja, das möchte ich doch immer mit euch ein Gewinnspiel machen. G steht für Gönnen. Und da hauen wir dann auf jeden Fall nächste Woche noch einen raus. Weil der Kevin, das ist der mit der Bandsäge. Nicht die erste, die ich euch gezeigt habe, sondern die andere Bandsäge. Die zweite jetzt. Die wir beim Corel Master gezeigt haben. Und ja, Kevin hat ja im Prinzip so ein 3D-Druckstudio. Und er hatte eigentlich ein paar ganz geile Sachen. Und der hatte vor allen Dingen was richtig Geiles. Und das könnte ich tatsächlich auch noch gebrauchen. Weil es ist was für GAL. Ich will noch nichts verraten. Zeige ich euch nächste Woche dann. Mit Sicherheit wird es nächste Woche hier sein. Weil Kevin sagt, nächste Woche machen wir dann auch ein Gewinnspiel für euch. Und es gab ja gerade ein Gewinnspiel. Da auch noch mal herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. So, aber jetzt muss ich an eine Sache noch denken. Weil... Viele haben mich die Woche angeschrieben. Und gesagt, ey super, dass du mal gesagt hast, was du machst. Und was du in das Becken reintust. Und dann haben mich aber auch einige angeschrieben. Und haben gesagt, Marc, ich mache genau das, was du auch machst. Ich fahre auch Oceamo. Ich mache auch die und die Sachen rein. Das habe ich mir schon aus deinen Videos immer abgeguckt. Hier auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also das ist echt krass. Was manche Leute genau wissen, weil sie es einmal irgendwo gesehen haben. Krasse Nummer. Aber du hast immer so ein brutales Wachstum. Du stellst eine Bauer Bankie rein, die du kriegst. Ich zeige die euch ja auch. Und wir haben ja viele Beispiele. Die eine jetzt hier zum Beispiel mit den zwei Polypen. Auch so ein Schätzchen. Ja, wie seht ihr auch, kriegt auch überall halt Münder ringsherum. Ja, die bliebende Apple habe ich euch letzte Woche ja auch gezeigt. Die ist auch ringsherum komplett voll. Und die sind halt auch immer so schön dick aufgezogen. Immer so schön puschelig. Oder auch hier mein Schätzchen vom Korrelmaster, die ich schon seit über sechs Jahren mittlerweile hier liegen habe. Ist ja auch aus zwei Polypen, ist ja auch ein Riesenteil mittlerweile geworden. Aber gut, man muss auch sagen, sechs Jahre. So, auf jeden Fall haben mich einige angeschrieben. Haben gesagt, Marc, hast du wirklich alles gezeigt? Nein, ich habe etwas vergessen. Das war aber nicht absichtlich, meine Lieben. Und zwar ist es Kalkwasser. Aber wir hatten mal darüber gesprochen, Kalkwasser-Methode. Und ja, ich habe euch ja gesagt, wir machen mal was dazu. Und ich würde das gerne auch mal testen. Und das tue ich auch derzeit. Und ich tue das am Benki-Tank. Weil das Problem an der Sache ist, ich habe ja einen Luftabschäumer. Und Atemkalk habe ich zwar dran, aber ich habe mir da was gebaut, wo der halt in den Atemkalkbehälter Luft reinpumpt, oben raus. Die zapfe ich mir dann quasi ab und in den Abschäumer rein. Das funktioniert aber wahrscheinlich nicht hundertprozentig. Ich kriege die pH hier nie, ich habe sie, sagen wir mal so, ich habe sie nie über 7,8 bekommen. Das ist schon gut, aber wir wissen ja alle, je höher die pH, umso besser. Also man sollte schon so 8,4, 8,5 so roundabout anstreben. Das wäre ein Träumchen. So, das kriege ich hin mit Kalkwasser. Der hebt nämlich extrem den pH an. Und wenn ich das eintröpfe, kann ich den natürlich damit über den Tag halten. So, war keine Absicht. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Aber, ich muss auch direkt aber sagen. Es muss sich jeder im Klaren darüber sein, was er dort tut. Weil das Ding ist, ihr wisst, ich benutze Oceamo als Versorgungssystem. Und da habe ich ja halt eben die beiden Komponenten, KH und Calcium. Also du KH, du Calcium. So, das Ding ist, ihr müsst euch ja halt vorstellen, dass in den beiden Flaschen natürlich auch noch verschiedene Spurenelemente sind. Das heißt, wenn ich jetzt Kalkwasser-Methode mache, das heißt konzentriertes Calcium hinzufüge, müsst ihr euch ja vorstellen, muss ich ja im Grunde genommen das auch weglassen. Bei meiner normalen Dosierung. Weil ich komme ja sonst nicht klar. Ich komme ja hin, ich habe ja sonst zu viel. So, das funktioniert ganz gut. Das ist bei mir halt tröpfchenweise. Das ist, um es mal so zu sagen, alle 10 Minuten einen Tropfen. Ist natürlich auch ein kleineres Becken, darf man nicht vergessen. Damit komme ich eigentlich ganz gut klar und habe das gut ausbaldrobert. Allerdings mache ich halt immer bei Oceamo ICP-MS in Verbindung mit Custom-Elements. Das heißt, irgendwann habe ich natürlich Defizite. Wahrscheinlich, ne? Und dann gehe ich natürlich hin und mache halt eine ICP-MS und gleiche das aus, indem ich Custom-Elements vom Christoph bekomme. Und dann passe ich das Becken wieder an, ziehe es quasi wieder auf Spur. Das, was mir halt fehlt. Ich mache das auch immer in einem Wechsel. Ich gucke auch immer. Manchmal ist es auch so, dass der Wert schon runtergeht, dass ich dann auch halt vom Duo Calcium mit nachdosiere. Dann passt das im Prinzip halt. Bisher hat es gut gepasst. Deswegen aufpassen. Ihr könnt es gut machen. Ja, es ist wahrscheinlich eine gute Sache. Es steht alles Bombe. Das stimmt auch selbst. Der Corey hat auch schon mich mal privat angeschrieben. Und gesagt, Alter, was machst du mit den Mauerbenkis? Was hast du für ein System? Und, und, und. Ich meine, und Corey hat eine ganze Farm da oben. Ja, der zieht jetzt auch Korallen nach. Also der hat das ja auf jeden Fall auch alles drauf. Ja, der hat wahrscheinlich mehr drauf wie ich. Aber selbst der war halt ganz erstaunt und hat gesagt, Alter, das sind ja echt so Bubbles und so aufgebläht und alles. Das ist ja echt krass halt. Ja, wie gesagt, kann natürlich daran auch mit Sicherheit ein wenig liegen. Will ich jetzt nicht abstreiten, dass sie dadurch so gut stehen. Mag möglich sein, wie gesagt, keine Ahnung. Aber das hatte ich in der Tat vergessen. Euch noch zu sagen, ja, das mache ich auch noch. Aber wie gesagt, seid ihr wirklich vorsichtig damit, wer das macht. Sollte auch wissen, was er dort tut. Ja, war nicht, dass es dann nachher im Grunde genommen da irgendwelche Komplikationen geben wird. Ja, also das ist wie gesagt die Woche passiert. Katastrophe, Katastrophe. War jetzt nicht so gut. Aber ich denke mal, wir werden es auf jeden Fall hinkriegen. In den Zohr-Tank mache ich mir auch keine großartigen Sorgen drum. Die sind leider auch beide Becken noch aus. Aber die Euphilien haben das gar nicht nett gefunden, dass sie so kalt geworden sind. Und gerade in dem Pico ist halt auch, ja, man hat halt wenig Umwälzung etc. ist halt super schwierig. Ja, aber das ist das wahre Leben. Das passiert. Ihr seht es. Ganz simple, blöde Sache. Ich habe sauber gemacht hinten den Schlauch rum. Und ich weiß nicht, wie. Der hängt an der Seite, da kommt nie Wasser raus. Nie. Da ist noch nie Wasser an dem Schlauch lang genug. Und ich weiß nicht, warum es passiert ist, wo er nach hinten geklappt war. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgendwie muss da Wasser drangekommen sein. Das muss irgendwie über Kapillarwirkung sich hochgezogen haben. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ist auf jeden Fall dummerweise genau in diese Steckdose reingetropft. Und bang. Wahrscheinlich ist das dann schon, wie ich mein Glück kenne, morgens passiert. Das hat wahrscheinlich schon morgens hier schon getropft oder die Nacht schon getropft. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Dumm gelaufen. Aber ist halt so. Kann eben passieren da draußen. Das sind einfach die Sachen, die halt eben tatsächlich passieren können. So. Dann hatten wir, meine ich, für diese Woche alles durch. Oder habe ich noch was vergessen? Mäh. Dann werden wir jetzt mal noch einen Schluck Kaffee nehmen. Nee. Ich meine, alles gesagt zu haben, meine Lieben. Ja. Wie gesagt. Däumchen ist ein Träumchen. Ich habe mich super gefreut über die ganzen Kommentare. Ich habe sie auch alle beantwortet. Und ja. Da bin ich auch mit Sicherheit auf dem Weg der Besserung. Ich glaube, der Tobi war es. Der hat es mal irgendwo in die Kommentare mal reingeschrieben. Die haben gesagt, ja, warum soll ich sie mal reingeschreiben? Dann schreibt sie sowieso nicht zurück. Ja. Stimmt. Mache ich nicht immer. Das stimmt tatsächlich. Aber ihr dürft auch nicht vergessen. Ich habe auch noch wahnsinnig viel über Instagram. Und ich glaube, Instagram ist wirklich das Medium der Zeit. Da geht so viel drüber. und ja, auch halt eben private Nachrichten halt. Extrem viele. Und ja, so wird halt das eine vernachlässigt. Ja. Ich werde mich bessern auf jeden Fall. Ihr bleibt bei den vielen Kommentaren. Hat mich wirklich gefreut, meine Lieben. Däumchen ist ein Träumchen. Klappt ja auch eigentlich wunderbar. Wunderbar. Und wie gesagt, nächste Woche gibt es wieder viel Content für euch. Und nächste Woche sehen wir uns dann erst mal wieder aus Stuttgart. Von White Calls aus. Ich werde mal gucken, was ich hier noch gedreht bekomme. Noch in den Vlog reinpacke. Ansonsten machen wir den halt bei White Calls. Da wird auch wieder irgendwas Neues geben, irgendwas Neues sein. Wie auch immer. Und die Woche danach bin ich dann, wie gesagt, in der Schweiz. Dann haben die Schweizer dann wieder einen Live-Sale. Und ich habe ja dann Geburtstag im März. Und ich bleibe auch dann halt über meinen Geburtstag in der Schweiz. Und da gibt es dann halt nochmal einen Schweizer Vlog. Und dann wird es definitiv hier weitergehen. Und ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Das, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Guck mal hier. Ja, das ist mir aufgefallen. Ach, genau, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Benkytank. Sind ja einige gute Vorschläge gekommen. So. Und das hatte ich zuletzt tatsächlich noch gar nicht erwähnt. Und zwar ist ja hier Sand drinnen. Mein Plan wäre eigentlich, den Sand rauszunehmen. Weil das Problem ist halt bei Bauer Benkis, wer Bauer Benkis hält, weiß, im Sand wachsen die nicht mehr. Ich habe hinten die. Ja, die ist gewachsen. Aber man sieht halt schon, wie die schiebt. Das ist halt super schwierig, weil sie kein festes Material unter sich hat. Das ist wie bei den Arkans. Die wachsen ja im Prinzip flächendeckend über den Stein drüber. Also am besten wäre, wenn ich hier unten diese Platten reinlegen würde. Hätte auch den Vorteil, ich kann mal eine Bauer Benkis rausnehmen, kann mal einen Polyp rausschneiden und kann es mit der Platte einfach wieder reinlegen. Das wäre auch noch ein Vorteil, warum ich das machen wollen würde. So. Und dann haben wir nämlich das zweite Problem. Und das zeige ich euch mal kurz hier. Da seht ihr jetzt einfach mal dieses komische braune Zeug. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann das wegmachen. Das ist aber am nächsten Tag wieder da. Keine Ahnung. Kurios ist das, dass es an dieser Chorale hier vor massiv am Boden auftritt. Es ist, also die Bauer Benkis hat unten drunter eine Platte kleben. Es ist auch massiv, kommt es von dieser Platte her. Also ich meine gut, da kann natürlich was weiß ich was in dieser Platte sein. Ich gehe auch schon fast davon aus, dass das Zeug irgendwie aus dieser Platte rauskommt. Vielleicht hat einer von euch da draußen das Gleiche und sagt, oh das ist das und das. Das weiß ich was das ist. Also es sind keine Dinoflage laden oder irgendwie sowas. Es sind keine Cyanos, sind es auch nicht. Das habe ich alles selber schon mit dem Mikroskop nachgeguckt. Und das ist halt das Zeug, das ich letzte Woche schon erwähnt hatte, was ich auch dem Christoph mal mit rüber schicken wollte nach Oceamo. Dass der mal guckt, was das ist. Und wie gesagt, das Kuriosum ist, das ist nicht überall. Das ist hier vorne das, was ich gerade hier vorne gezeigt hatte vor der Grünen. Das ist wahrscheinlich da jetzt heute über den Tag hingeweht. Ja, weil das ist das Problem. Das Zeug ist halt, bildet sich Sauerstoffe innen drin, eine Luftblase, dann schwimmt das auf, strömt durchs Becken, setze ich irgendwo ab. Gesund ist das aber auf jeden Fall nicht für die Korallen das Zeug, weil ich habe schon bei einer beobachtet, dass so ein eins und brauner Flatschen hier vorne sich in einer Bauernbanki verfangen hatte. Ich habe das dann abends weggepustet, rausgemacht, ich quirl auch jeden Tag den Sand da durch. Also wie gesagt, es kommt immer wieder aus dieser Ecke. Und je mehr ich es immer gequirlt habe, habe ich auch gemerkt, je größer ich dann quasi den Radius des Quirlens ziehe, desto größer wird auch der Fleck, wo sie rauskommt. Also es muss irgendwas in dem Sand sein und es ist komischerweise der schwarze. Ich habe ja damals hier beim Einrichten den schwarzen und den grauen Sand genommen. Es ist komischerweise vermehrt in dem schwarzen Teil. Also ganz komische Sache, wie gesagt. Und ja, deswegen überlege ich ohnehin quasi den Sand rauszunehmen. Ich bin mir nur immer noch nicht schlüssig, was ich mit dem Aufbau mache. Also es kamen ein paar gute Ideen. Auch der Markus hat nämlich angerufen. Hat er auch gesagt, ja, macht das vom Daniele, lasst ihr da was bauen und dann gehst du hinten von der Ecke quasi schräg raus. Und dann halt so pyramidenmäßig, so stufenmäßig nach oben gehend, dass ich da Arcanistrea draufpacken würde. Und die Power Bankies lassen wir alle auf dem Boden im Grunde. Die packen wir runter. So, und ich denke mal, also ich meine, ihr seht da oben die Armada, jetzt habe ich hier noch ein Deck reingepackt für die neue. So, weil ich einfach schon keinen Platz mehr habe. Und ich wollte die neue jetzt auch nicht da unten reinlegen. Ja, dass da nichts schief geht quasi. Ja, also da muss ich mal gucken. Aber das Gute ist, ich fahre ja wie gesagt nächste Woche nach White Corals. Dann kann ich da auch schon mal nochmal gucken, ob da noch irgendwas Schönes ist. Vielleicht haben sie auch ein bisschen Lehmgestein, irgendwas Geiles da, was halt irgendwie passend ist. Weil das Problem ist, ich muss ja irgendwas haben. Die Arkans sind ja auch immer Platten so gesehen. Und ich muss halt irgendwas haben, wo ich die schön drauflegen kann. Wo ich die vielleicht nur mit einem kleinen Punktkleber befestige. Ich will die eigentlich gar nicht wirklich fest verkleben. Wenn ich da was Dünnes nehme, was Riffastmäßiges, ist halt das Problem, wenn ich das so mache, dass ich da der Gefahr laufe, dass die halt da nicht mehr wachsen können. Weil die halt nichts mehr haben. Ja, also ihr wisst, wie ich das meine. Wenn ich die jetzt hier unten, die große, eine Bauabänke auf so eine Platte mache oder auch eine Arcanostrea. Und ich mache die drauf. So, dann müsst ihr euch halt vorstellen, kann die auf der Platte ja wachsen, weil sie liegt ja auf allen Ecken auf. Aber nicht, wenn ich das auf dem Riffast mache. Dann habe ich halt eben, wie gesagt, so ein kleines Problem. Und da müssen wir noch mal überlegen. Wie gesagt, immer noch gerne Kommentare. Und wer wünscht, haut es mir einfach alles rein. Und ja, ich würde sagen, ich bin raus, meine Lieben. Wir sehen uns im nächsten Video. Und das ist schon bereits, ja, heute am Sonntag, morgen. Also dann am Montag für euch am Start. Freunde, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Marc. Wir sehen uns beim nächsten Mal.